Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Chivalry Deadliest Warrior. Zum einen erstmal tut mir fett sorry, dass gestern keine Folge rauskam. Ich hatte einfach auf der Arbeit sehr viel zu tun und hatte keine Zeit zum Aufnehmen. Das tut mir echt leid, aber jetzt geht's ganz normal weiter. Und ich glaube nicht, dass es in Zukunft nochmal passieren wird, dass ich keine Zeit habe. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber ihr wisst ja, so häufig kann das ja gar nicht vorkommen. Wir spielen heute eigentlich, dachte ich, Team Deathmatch, aber jetzt steht hier auf einmal Hold the Banner. Ist mir eigentlich egal, macht beides Spaß. Und jetzt habe ich den getroffen. Und ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. So, aber es geht eigentlich schon ganz gut los. Ich gebe mich mal kurz ein bisschen heilen. Und hier ist ein Stück weg. Wenn mich jetzt nicht geradezufällig einer mit einer Armbrust oder so erwischt. Und es klappt. Ja, ach genau. Ich wollte mal ein bisschen was mit X-Ruvers sagen. Das nimmt jetzt langsam eine Fahrt auf. Irgendwann, diese Woche, scheint ich mal, wird es jetzt eine schöne Aufnahme geben. Oder sogar zwei, drei Stück Aufnahmen mit einer richtig krassen Schlacht. Denn ich habe jetzt mal eine erste Massenschlacht hinter mir. Und die war schon ziemlich krass. Ich bin sogar mehrmals gestorben und musste... Alter, wie viel ich habe. Ich bin sogar mehrmals gestorben und musste mehrmals neu laden, weil die ist nicht ohne gewesen. Und... Ich glaube, die Folgen könnten euch Spaß haben. Bin mal gespannt, wie die ankommen werden. Komm her, du Penner. Jetzt renn doch nicht weg. Scheiße. Und dann sind wir gekommen. Naja. Und das Krasse an der Schlacht ist, das werden wir ja dann sehen, da sind... keine Ahnung, zehn Capital Chips dabei. Also zehn richtig große Brocken... Ne, nicht zehn. Aber so acht oder so richtig große Brocken. Zwei richtig krasse Schlachtschiffe. Und da noch ein paar... Ich nenne sie jetzt mal... Korvetten oder so. Oder Fregatten. Fregatten trifft es, glaube ich, eher. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Voll das Blitzlicht. Da hätte ich da teilweise... einfach nur zugeguckt. Weil es wirklich so krass aussah. Wenn... Ich habe weiß nicht, wie viele... Laserschüsse durch den Weltraum geschossen. Und alter... Was für eine Quote habe ich hier. 8-1. Zack. Treffer. Ja, ja. Du dann. Nein. Wuhuhu. Scheiße. Da habe ich mich ein bisschen zu... ...wein reingejagt. Äh, gewagt. Ja, aber das Krasse ist, ähm... ...bei dieser Schlacht... ...ich bin mehr oder weniger komplett auf mich alleine gestellt. Weil die Schlachten-KI meiner verbindenden Cheffe irgendwie... ...ja, nicht so gut ist. Und interessanterweise... ...die Gegner launchen da sehr viele Drohnen... ...die irgendwie alle nur auf mich gehen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber so schlimm war es. So nett. Treffer. Krass. Den habe ich sogar noch erwischt. Der hat auch nicht zu hauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, mal schnell hinsetzen. Haha. Da hat er sich so auf mich konzentriert. Ja, aber... ...genug zu der Schlacht auf jeden Fall. Die das Guttwühl... ...guckt es euch auf jeden Fall an. Ihr werdet nicht geräumt. Denn bisher war es ja eher ein bisschen langweilig. ...oder war es ja auch so geführt. Das sollte sich... Ach du Scheiße. Das... Oh sorry. Das sollte sich dann mit der Folge auf jeden Fall dann ändern. Dauert aber glaube ich noch... ...vier Folgen oder so. Aber... ...vorher treffen wir halt schon die Vorbereitung. Das ist relativ spannend. Also... ...ja, ich bin gespannt... ...was da so die Tage... ...auf euch zukommt. Komm, jetzt bleib doch halt mal stehen. Fuck, 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 fuck. So, Treffer. Ich muss mal zurückziehen. Hier wird es ganz schön... ...und die Trenge... 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 ...hab ich irgendwas getroffen? Nein, hab ich nicht. Scheiße. Ich bin mal gespannt. Ich muss mal gucken, wie viel Folgen ich heute aufnehmen kann. Wir haben es schon wieder relativ spät. Wir haben jetzt schon fast wieder neun... ...und ich muss noch duschen und so. Morgen werde auch wieder arbeiten. Ich muss mal angesagt, ich muss früh aufstehen. Zack. Komm her. Mist, mein Kiel assist ist, aber das ist auch okay. Wow. Was hat mich denn da erwischt? Treffer. Treffer. Mist. Kein Treffer. Komm doch her. Komm her. Zack. Scheiße. Ach Mist, jetzt wollte ich gerade vorbei an dem... ...und mich um den Samurai kümmern. Mehr. Scheiße. Da kam sie von hinten. Das habe ich natürlich nicht mehr gemerkt, aber... ...egal. Hat es eigentlich bei euch schon geschneit? Bei mir. Das war jetzt... Also heute haben wir Donnerstag. Bei uns hat es schon am Dienstag so ein bisschen gefusselt. Aber... ...leider noch kein richtiger Schnee. Ich habe richtig Bock auf Schnee. Winter ohne Schnee ist voll langweilig. Mag ich nicht... ...momentan nur sagen, wenn es sackkalt. Richtig schön. Zack. Richtig schöner Schneewinter ist doch viel langweilig. Mist. Und gut, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt. Da ist ja... ...net so... ...net so kalt und nicht so schneeig. Bei uns ist ja eher, wenn es schneit, eher Matschopampe. Aber so ein, zwei Wochen im Jahr gibt es doch einen halbwegs geschaltenen Schnee. Müsst ihr jetzt eigentlich auch... ...weil noch nicht fangen, würde ich? Zack. Komm her. Ah, schließt er auf weiter Flur. Alleine. Ach, wir sind ins Bein. Da fällt er natürlich nicht von. So. Ah. Falsche Tatsache. Ich habe auf X gedrückt. Scheiße. Und dann auch noch Y. Personal Messages. Ja, schade. Das geht jetzt nicht mehr weg. Oh, doch. Jetzt geht's. Skifahren müsste ich auch mal wieder dieses Jahr. Aber kein Geld und keine Zeit. Arbeiten ist halt auch nicht so toll, ne? Warum haben wir nicht einfach 60 Tage im Jahr? Oh. Sorry. Zack. Zack, meine. So. Der gurbelt es richtig schön. Aber jetzt gehen wir mal kurz hier um. Der müsste doch eigentlich... Ja, doch noch nicht. Aber hier vielleicht? Um die Ecke? Oh. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Scheiße. Immerhin. Einfach ein Kill abgestaubt. 13,8. Das lässt ein bisschen mehr. Was geht denn? Ich muss mich voll lang warten. Nur weil ich auch zu sehen mal einen von meinen Leuten geläscht habe. Oh, ich weiß schon, wie ich die Folge in den Killing Machine... Ich glaube nicht. Passt auf jeden Fall. Ich glaube nicht ganz gut. Mittlerweile... Wir sind ja schon fast bei 40 Folgen hier. Ich glaube, das wird ein ganz schön langlaufendes LP. Momentan muss ich auch sagen, das ist meiner Meinung nach... Das beste Spiel, was ich so irgendwelchen habe. Das macht einfach so viel Spaß. Also das kann man auch einfach mal zu spiel durch. Schnell ein Ründchen. Wo sind denn hier die Gegner? Warum gehen denn gerade alle? Hä? Was ist das hier los? Ah, da ist jemand. Warte auf mich. Eben waren total viele in den Server verlassen. Warum? Ist hier jetzt ehrlich gesagt gerade kein Grund für... zumindest keinen unsichtlichen. Zack. Nice. Scheiße. Da haben sie mich doch noch erwischt. Ne. Das gleicht sich auch irgendwie nichts aus. Aber wenigstens sind keine Bots dabei. Also ich habe jetzt schon ganz, 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 ganz viele Server gesehen, wo auch viele Bots rumhüpfen. Und die sind einfach strohdoof. Ey, das ist dann überhaupt keine Herausforderung. Die besten Bots, die ich glaube ich bisher jetzt hatte, waren die programmierten von Fans von Counter-Strike damals. War auch schon ein paar Jährchen hier. Die Bots, die ich jetzt hier bisher gesehen habe, die waren doch sehr ein bisschen doof. Teamwork, würde ich sagen. Mit Eigentor. Zack. Er hat mich da gerade gehauen. Zack. 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 Sehr schön. Da haben wir aufgeräumt. Boah, jetzt gehen da noch mehr. Was ist da los? Change Map. Nö. Ich finde es eigentlich gerade ganz witzig. Nein, warum sagt der denn alle ja? Da müssen wir nochmal neu laden. Das ist so kacke. Wow. Das war gut, dass der mich nicht erwischt hat. Sehr schön. Teamwork. Da sind noch ein paar. Ne, doch nicht. Das sind vor allem von uns wild. Ach nö. Glück, Leute. Keine Map-Change. Das passt jetzt mit meiner Folgeplanung auf. Sorry, Mann. Warum muss das jetzt sein? Wir haben nur noch drei Minuten. Hoffentlich geht es jetzt wenigstens schnell. Dann mache ich die Folge halt ein Stückchen länger. Jetzt läuft es aber bestimmt nicht mehr so gut. Weiß ich jetzt schon. Oh, nee. Die Bambus-Kack-Map. Habe ja jetzt schon Spaß, ey. Ach, die Mennung. So. Mal schnell den Samurai gewählt. Da habe ich jetzt gerade mal wieder Lust. Dem lassen sich meiner Meinung nach die schönsten Duelle ausfechten. Weil da hast du halt kein Schild, dass du die ganze Zeit hochhältst. Sondern da brauchst du ein bisschen Skilzenblocken. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Hallo. Verstehen. Woppa. Ach, du Scheiße. Lass mich in Ruhe. Ach, Scheiße. Ich bin ja blau. Hey. War ich von Anfang an blau? Ich bin gerade verwirrt. Au, da ist ein guter Ninja. Den hole ich mir. Ey. Ich bin mal da lang. Ich hoffe, dass da jetzt gleich mal ein paar... Oh, die haben die Map begrenzt für die Spieleranzahl. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Zumindest nicht auf dieser Map. Bei Akropolis habe ich das schon ganz häufig gesehen. Aber was es bei der hier auch geht, wusste ich jetzt noch nicht. Was? Was? Wohoohoo. Was? Alter. Warum habe ich denn mit meinen Schwüngen gerade nichts getroffen? Wie ist das denn passiert, ey? Also es sah ja teilweise so aus, als hätte ich was getroffen, aber irgendwie... ...mochte das nicht funktionieren. Wow, das war knapp. Zack. Scheiße. Das war dann doch eine zu viel gegen den Piraten und den einen Spartaner. Vielleicht, aber... ...zwei waren dann doch ein bisschen viel. Scheiße, jetzt bin ich runtergehüpft. Ich depp. Ja, komm runter. Du, ich verstecke mich jetzt einfach hier unten. Wenn du nicht runterkommst, kannst du mir aber die Kimme knutschen. Ja, dann knutsch mir halt die Kimme. Alter! Zack, geht doch. Zack. Bauch auf, Schatz. Noch jemand? Second Place? Ja, geht. Geht. Gehen wir nochmal aufs Dach. Warst du blau? Oder warst du rot? Wo ist er denn hin? Ach, das warst du. Nein, ich räche dich. Scheiße. Naja, immerhin habe ich dem anderen Kerl ein bisschen Zeit gekauft, damit er seine Waffen wechseln kann. Ist ja auch nett. Teamgeist und so. Auch wenn ich davon jetzt nicht nix hab. Gut, du bist blau, das ist okay. Jetzt will ich aber noch mal ordentlich aufräumen. Da ist doch... Oh, der muss ich zur Hilfe eilen. Zack. Kopf ab. Ja, sehr schön. Oh. Pirate. Tja, was ist jetzt Pirate? Guckst du blöd, was? Ich will mal gucken, wie lange ich hier überlebe, weil das wird dann wahrscheinlich mein letzter Spawn gewesen sein. Sonst wird die Folge dann doch ein bisserle lang. Zack. Kracher. Miner. Schönen Kill geklaut. Komm, jetzt gib mir aber schnell noch mal ein bisschen Futter. Oh, die sind jetzt alle da hinten. Na gut. Der Spartaner wird dann wohl zerlegt. Mutals. Oh, da ist doch jemand. Guten Tag. Kutscher. Jetzt schnell rüber schwenken. Zack. Na, scheiße, hat mich gekriegt, aber immerhin vielleicht eine Hilfe. Ich weiß es gar nicht. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Zack. Stirb. Heute sind wir unaufhaltsam, würde ich sagen, ne? Bist du ein Böser? Oder? Was bist du für einer? Du bist kein Router. Schade. Eiert hier hinten noch jemand rum? Da ist doch jemand. Und... Shit. Och, nö. Scheiße. Jetzt haben sie mich gekesselt. Ach, Mist. Na ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.